Manche zusammen mit am Start... mit Vollfieber. Das letzte mal haben wir ja dieses schöne Terminal gehackt. Haben wir es auch geschafft. Wir wollen den Aufzug benutzen. Nach unten, lol der Hund. LOL Das ist sehr interessant. Kampflinder einfach mal neben. Von meinen Sicherheitshörern. Das ist sehr interessant. Also wir hätten hier wieder hochfahren können. Also wir hätten uns von unten anschleichen können und hochfahren können. Alles klar. Also haben wir in dem Sinne nichts verpasst. Hier ist mehr oder weniger alles nur Flaschen. Die Flaschen habe ich überhaupt kein Bock gerade. Das ist der Kopf von denen, den ich da oben abgeknallt habe. Alles klar. Naja, die ganzen Flaschen habe ich überhaupt keinen Bock gerade mitzunehmen. Also es ist mir wirklich gerade viel zu viel Müll. Was da gerade ist. Also ich hoffe ja irgendwie noch, dass wir hier noch was finden. Zumindest noch einen Fusionskern irgendwie. Könnte natürlich sein. Ah, ich denke... Finden wir hier einen Fusionskern oder nicht? Das ist jetzt mehr oder weniger die Frage. Haben sich ja alle hier totgesoffen, die Kunden. Ist ja schön. Hier kommt man irgendwie rein noch. Hier ist eine Stolperfalle. Wo kommt man denn hier rein? Komm jetzt. Äh, lol. Ja, Moment. Und kommt hier ganz simpel rein. Hier ist ein Labor. Die Rehobmann weg. Alles klar. Ne. Da können wir auch eigentlich wieder gehen. Und können unsere Mission eigentlich abschließen. Ich denke mal, wir kommen hier raus. Und das ist eigentlich auch schon fertig. Also das ist hier doch sehr schön. Verbessertes Schloss. Also ich wäre, glaube ich, auch hier reingekommen. Das sieht so aus. Es sieht so aus, als wäre ich auch von da reingekommen. Und es wäre viel einfacher gewesen, so reinzugehen. Als alles andere. So. Ja. Wir hätten da ganz simpel rein gehen können. Aber das ist halt immer das Ding. Wir müssen das mal uns immer umschauen. Komplett rund rum laufen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel gebracht hätte. Wir sind, glaube ich, da reingelaufen. Hätten wir da so normal laufen können. Also das war jetzt sowieso ein bisschen sehr, sehr. Wie es. Wie es. Doch, Dogmeet hat das gefunden. Der sehr interessiert mich gerade hier. Es tut mir wirklich leid, Dogmeet. Na, ich kann nicht. Lauf. Komm. Was hast du denn gefunden? Was ist da? Seine Tonne. Muss man ja wirklich mal loben, den netten Herrn. Oder den netten Goob. So. Da werden wir uns mit den Missionen ja abgeben. Und wir müssten dann, glaube sogar, wieder nach, ja, Sanctuary eigentlich. Die ganze Scheiße da abzugeben. Also. Weil das Problem ist halt, der Hund ist auch voll. Und ich bin auch schon fast voll. Das hilft eigentlich kein weiterer gerade so richtig. Also es leckt, ich weiß nicht, ich weiß nicht die Stadt. Das ist bisher wirklich die einzige Stadt, die leckt hier. Das ist mir auch, Anführungsstrichen, ein... Naja, nicht Sorgen macht aber schon. So, ist das hier eine Tür? Sag mal, das ist hier eine Tür. So. So, öffnen wir einfach mal hier die Tür und gehen da so rein. Aber bevor wir das machen überhaupt, eigentlich können wir jetzt eigentlich gleich schon mal zu Sanctuary gehen. Da alles abgeben. Bei der ganzen Kacke, Anführungsstrichen. Das hört sich jetzt wirklich böse an. Geben wir das Ganze ab da. Fertig aus. Und zwar craften das eventuell nochmal. Weil das haben wir ja letzte Folge ja auch mehr oder weniger gemacht. Es ist wirklich, wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich brauche irgendwie mehr Kapazität zum Tragen. Oder muss... Ich habe da auch noch keine Werkbank gesehen. Also ich könnte auch eigentlich alles da einladern. Aber da kann ich nichts bauen. Also das ist auch wieder so ein bisschen dumm. Müssten wir mal beobachten. Bestellen wir das hier wieder erstmal in die Nähe ab. Danke. Sehr schön. So. Es ist mir egal, was du laberst. Ich weiß nicht, ob du hier gesprächig sein willst oder was auch immer. Es ist mir egal. Kampfflinde, ja. Packen wir erstmal hier rein. Weil das hört sich eigentlich sehr gut an. Schienpistole. Minigun. Alles klar. Haben wir erstmal das Weckzahn hier. Weißt du. Hier gibt es genug Essen. Also jammern nicht rum. Ist irgendwas. Das ist mir relativ gerade egal. Also diese ganzen Jammerleute, die hier rum jammern. Die gehen mir richtig auf den Pisser, die ganzen Kunden. Wo ist der Hund? Hund. Hey. Es ist mir klar, dass ich hier nicht alles... Toll. Schon fast alles weggetan. Also das ist schon mal relativ geil. Bestellen. Ja, hier haben wir wieder ganz viel Scheiße, ja. Moment. Ich will hier nichts verbessern. Und mich irgendwie so... Und wenn die sich alle denken, ja, Hütte, Wochen zercraftest du denn alles für uns doch anziehen, bla 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 bla. Also ehrlich, ich sehe mich wirklich nicht an wie ein Raider. Und das reicht mir auch eigentlich. Ich habe hier jetzt schon ein paar Beinschienen und so und sehe gerade selber, dass es mega hässlich ist. Und das gefällt mir dann einfach nicht. Das gefällt mir dann wirklich gar nicht. Und dann wäre, sag ich mal Anführungsstrichen, damit wäre ich auch nicht so glücklich damit. So, das haben wir gerade hier ausgewählt. Die haben wir mit dabei. Die haben wir mit dabei. Das ist unsere mächtige Schrotte. Das ist irgendwie nicht... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Schrotze irgendwie... Ich glaube, meine Schrotflinte hat eigentlich mehr Schaden gemacht. Bin ich eigentlich der Meinung, dass sie 70 Schaden gemacht hat. Statt so, Anführungsstrichen, so wenig. Also entscheidend ist es doch wirklich meine richtige Waffe. Das ist mich ein bisschen gerade verwundert. Warte mal, ich kann doch eigentlich hier alles rein tun. Muss ja nicht immer hier rumlaufen. So. Was haben wir denn hier wieder so für Scheiß? Ich brauche, ich benötige überhaupt nicht alles, meine. Das ganze Essen gerade ist eigentlich schon... Ich will nicht sagen, fast sogar überbeladet. Aber es ist schon sau viel, was ich dabei habe. Also... Zum Beispiel, das könnte ich einfach alles weg tun. Das sind auch einige... Wann schon mal zumindest 10 Dinger. 10 Einheiten. Alter, das nimmt sich halt nicht viel. Also das ist wirklich sehr wenig. Das ist halt wirklich gerade mehr oder weniger die ganzen Waffen, die es eigentlich machen zum Teil. 400 Schuss, also... 16, also... Könnte ich eigentlich auch schon mal erstmal weg tun. Ist halt einfach so, die habe ich nicht ausgerüstet. Also die habe ich auch nicht ausgerüstet. Ich brauche erstmal nur alle Waffen, die ich benutze. Das ist weg damit. So, die benutze ich alle. Ah, die benutze ich alle. Sehr schön. So. Gehen wir wieder in unseren Poweranzug und reisen mal schnell wieder... zur Polizeiresivierung. Und werden dann mal zu Paladin Denzen wieder gehen. Und werden dann mal diesen komischen... ...Resumator mehr oder weniger... ...als Quest abgeben. Und dann haben wir das auch erst hinter uns. Dann können wir den Quartiermeister sagen, mir alleine, wir haben das jetzt gemacht. Und dann können wir für Dancen die Mission machen. Wo wir eine Rettungsmission machen müssen. Für die Bruderschaft. Und im Radio haben wir ja trotzdem noch gehört, dass die Bruderschaft doch nicht so beliebt ist. Oder auf jeden Fall Zweifel umgehen. Sie haben definitiv eine sehr radikale Art an sich. Muss ich selber sagen. Was sie so gesagt haben, war sehr radikal. Dieses Vorgehen. Einfach auslöschen, fertig aus. Auch relativ radikal. Sie tun es für das Gute. Behaupten sie es. Und wollen die Technologie mehr oder weniger sichern. Damit es nicht an die falschen Hände geht. Aber wer sagt es denn, dass sie nicht die falschen Hände sind? Also es ist natürlich Blaschemie, wenn ich für sie selber arbeite. Aber ich arbeite mehr oder weniger, weil ich eine geile Waffe habe. Weil ich mehr über das Spiel erfahren will. Und weil ich am Ende höchstwahrscheinlich einen Poweranzug bekomme. Also wer dazu Nein sagt, da frage ich mich wirklich. Leute, habt ihr ein bisschen irgendwas gekauft oder so? Verpiss dich, Junge. Ja. Wie sieht es mit dem Artefakt aus? Ja. Und auch noch in gutem Zustand. Hier ist deine Bezahlung. Geht doch nichts über eine erfolgreiche Mission. Technologie wird immer gebraucht. Sag mir, wenn du wieder bereit bist. Hm. Was muss ich tun? Technologie holen. Ich zeige dir einen Ort, dann findest du die Technologie und bringst sie zurück. Bestätige. In Ordnung. Hier ist das Gebiet. Sei vorsichtig. Wow. Level 16 sind wir. Sehr schön Leute. Also dann gehen wir erstmal wieder rein in die Tabelle hier. In Skilled. Erstmal hier was. Ist das Wissenschaft? Ne, wo ist denn Wissenschaft gebraucht? Muss doch hier irgendwo sein, oder? Buffenfreak. Wo ist denn Wissenschaft überhaupt? Wissenschaft? Ne, das ist Roboter-Experte. Ne, das ist Roboter-Experte. Ne, das ist Roboter-Experte. Ich sieh's grad nicht. Ja, Waffenfreak, ja. Schmied? Hab ich noch irgendwas übersehen? Apotheker? Roboter-Experte? Neee... Ha! Eigentlich so ein Typ mit so einer Laserknache, also... Irgendwie ziehe ich es gerade wirklich nicht. Stiftbehörder, Wissenschaft da! Wow! Da muss ich erstmal mega rein-skillen. Das ist ja schon irgendwie doof. Waffen-free könnte ich machen. Und Rüstungsschmied. Ah, mehr Munition. Wollen wir das mal mehr Munition haben? Ja, machen wir das hier erstmal mehr Waffen mehr. Habe ich auch irgendwie jetzt Bock drauf. So! Alles klar, warte mal, wo muss ich denn hin jetzt überhaupt? Ich muss jetzt... Das ist auch in der Nähe von Diamond City. Also, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erst mal... ...die verlorene Patrouille machen. Wo ist denn das überhaupt? Wo ist denn das überhaupt? Ich glaube nicht, dass das auch in Diamond City in der Nähe ist. Jaaaa! Was ist denn das? Also, da könnten wir eigentlich sogar... ...die ersten Schritte machen. Da gehen wir... Weil das sogar, glaube ich, am nächsten ist. Ja, dann machen wir erstmal das hier. Also... Boah, das ist ja mal ein übelst weiter Marsch. Also, ich hätte ja schon übelst Bock drauf. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt die Bruderschaftsmission zu machen. Und durch das ganze... ...das ganze Land zu watscheln. Aber das Ding ist halt einfach... Wir können halt wirklich das machen. Aber auch später halt. Also, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Und das jetzt nicht machen. Soll ich jetzt mal... ...anführungsstrichen, weil es ist einfach so... Weil... ...wenn ich... Leute... Ach, das Rade war da gerade an. Wenn ich mir überlege einfach... ...wie weit wir dafür gelaufen sind. Und wie weit wir dafür laufen müssen. Das ist schon übelst heftig. Also, ich finde das schon irgendwie krass. Ich finde das jetzt gerade nicht ohne. Also, da oben ist anscheinend dieses... Ähm... ...was hat gesagt. Wohin wir hin müssen. Dieses... Ich weiß nicht, wie ich es nennen will. Kraftwerk? Ah, Alter. Was ist denn jetzt wie los hier? Was? Was ist denn? Was ist denn das? Ich habe mir Hilfe. Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Was? das ist ja alles aufnehmen ja ist klar also ich weiß jetzt gerade nicht ob ich jetzt irgendwie ruhig hingehen könnte jeden fall war sie gut und ich weiß jetzt nicht ich konnte jetzt kein drücken wie keine überredungskünste machen ist irgendein grund also sage ich mir aber auch in dem sind das ist mir auch relativ egal sowas hat passiert dann passiert als sowas zu legen wir also ich würde gern erst mal hallo sagen ich bin der hüte und ich hätte gerne den cheeseburger und gerne dass du mich in ruhe lasst also ich weiß jetzt nicht warum ihr alles so akku drauf sei also plünderer raider abschauen also das sind die betätillierungen die schon mal von der schlimmsten art hier sind also soll hier eigentlich nur hier hoch gehen aber anscheinend ist hier einiges schief gelaufen und ich sehe jetzt schon dass ich nicht gleich hoch kommen dass ich jetzt wahrscheinlich mir alles erst mal hier angucken werde müssen habe ich das gefühl tür erstmal auf hier nehmen wir das telefon noch mit patronen mit alles klar ist die toilette die öffnen die öffnen das ist wirklich nichts also ich habe das gefühl wenn man manchmal auch die türen öffnen kann man auch immer was aber ich finde es auch gut dass man nichts bekommt weil das dann ist das spiel auch sehr gut dass man wieder raus raus gehen hier dass man wieder das licht hier ausmachen das licht brauche ich wirklich nur in der first person hier ist noch irgendwie ein haus was hier voll demoliert ist also das hat mir jetzt nicht viel gebracht sehr schön es ist kaputt da kann ich wahrscheinlich auch nicht rein da drüben ist irgendwie licht lexington die apartments öffnen also ich habe lexington jetzt erreicht weiß nicht ob das das ist eine stadt ist also anscheinend kann ich hier rein hängen wir wieder beim first person sein was mich schon jahr und gucken anscheinend sind terminen gelegt muss jetzt bisschen aufpassen also könnt ihr nicht was ich dir ausmachen also irgendwelche mien hier ist ein mega krasser schein gerade ich bin ein bisschen irritiert das war bitte ich habe meine mission erfüllt ich kann die wieder nicht tragen doch doch brauche deine hilfe mein freund das war die ganzen scheiße tragen ja sie ist auch so die klätung die mir am besten platz weg nimmt so so und so irgendwelchen schrott hier die wessen ja schon damit überhaupt nicht so ist nicht sehr schön dass ihr wieder alles nimmst ist ein sehr sozialer hund sprintergranate also wir hätten höchstwahrscheinlich noch mehr aufmerksamkeit machen können auf die wenn wir in die granaten und so alles gelaufen werden die ganzen liegen so aber so ist es nicht der fall